Mein Name ist Christian Kallenbach, ich bin Business Development Director bei der Firma Wörn Global. Das Besondere am Rechenzentrum und dem Standort Island sind die Standortbedingungen. Wir haben hervorragende Netzwerkanbindungen nach Europa und in die USA. Wir haben ganzjährig kühles Klima, können somit frei kühlen und haben Energie, die in großer Menge verfügbar ist. Das isländische Stromnetz bietet sehr gute Voraussetzungen und die sehr günstig ist. Die Energie wird in Island erzeugt aus 100% erneuerbaren Quellen, nämlich der Hydro und der Geothermie. Wörn Global ist immer noch ein relativ junges Unternehmen. Unser Rechenzentrum ist 2012 live gegangen und an den Start gegangen. Wir haben Kunden aus verschiedensten Ländern, aus den USA, aus England, aber auch Deutschland. Deutschland ist ein sehr wichtiger Markt für uns mit bereits großen Kunden wie BMW und VW, die in unserem Rechenzentrum High Performance Computing betreiben. Man operations an den USA und 이제 von USA nach Europa und in der USA und vom Zug mehr Fallrow Значит una vertreib Partitionю ist 2010. Untertitelung des ZDF, 2020